Du-de-de-de-de-de-de Wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee! Ich schaffe eine neue Besatzung für das Piratenschiff. Alles klar! Wo kann ich ein paar Seemänner finden? Rrrr ... Jetzt bin ich der Pirat! Oh Gott... Der Nichtstuer hat ein leeres Piratenschiff geerbt. Hilf ihm, indem du Leuternschaften dieser Schiff führen können. Fang an, indem du jemand mit Segelerfahrung an Steuer platzierst. Steuermann. Geht doch. Als nächstes brauchen wir jemanden, der über den Schatz war. Erschaffe jemanden, der gut mit Geld umgehen kann. Die Verteidigung des Schiffs hat hohe Priorität. Platziere jemanden, der sich mit Waffen auskennt, in die Waffenhammer. Selbstverständlich. Beim Seegeln auf hoher See kann man nicht großen Hunger bekommen. Bestand jemand, der kochen kann. Nee, die Küche. Bäcker sollte reichen. Ja. Wie kann es sein, dass wir in einem Piratenschiff mit einem leeren Schiffsgefängnis haben? Platziere einen Gefangenen im Gefängnis. Häftling. Die Crew ist nun fast vollständig. Platziere nur jemanden, der bei der Navigation des Schiffes helfen kann, in dem Massenport. Ähm... Eine Frau kann eurer Meinung nach also nicht navigieren. Tolles Spiel. Ein Fährtenleser. Fahrlehrer. Ein Abenteurer. Du bist kein Abenteurer, du Schwacken. Komm, dann nehmen wir nochmal einen Seefahrer. Ja, das funktioniert. Mein Stern. Das ist klar. Du, 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 du. Du, 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 du. Hm. So. So. Manchmal müsste ich alles haben, der mit dem See irgendwo nicht so gar nichts wusste. Ne, genau, Abschluss, Abschluss habe ich mal gedacht. Ich sehe den radioaktiven Müll hier. Staubsauger. Riesiger Staubsauger. Riesiger Staubsauger. Sprechstile WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Scheiße Decker Flammenwerfer Läufer Na läufer Geil. Geil. Yes! Im Zweifel hilft ein Raketenwerfer. Ist das geil. Okay, dann gehen wir noch hier hoch. Ah, die Ruhe liegt vom Ellipsis. Da fehlt mir auch noch was. Lass mal gucken was und ich strahle. Das ist nicht gut. Was fehlt mir hier? Hä? Aber den hab ich da schon. Ähm. Mach einfach alles kaputt hier. Warte, ich kann den einfach zurücksetzen. So. Na ja. Ähm. Erbeckte ich nicht so viel. Das ist super schneller. Ach jemanden. Ja stimmt, da war ja noch was. Was? Aber hier ging es eigentlich auch viel gut. Hä? Ja. Da ist es schwierig meック Canną. Zff. Zzz. 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 Zzzz. Zzz. 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 Zzzz. 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 Ich bin hier drin. Ah, wenige Dinger, war ich nicht da. Das ist komisch. Ich kann es nicht sagen. Keiner möchte es mir sagen. Ich habe doch eigentlich alles gemacht. Äh, Moment. So, da bin ich wieder. Äh, das ist ein bisschen... Ja, genau. Das war ein bisschen verquer. Also man musste irgendwie nochmal die Pflanze auferstehen lassen. Und dann musste man die Pflanze füttern. Naja, egal. Jetzt habe ich das Level fertig umso schöner. So. Dann gehen wir mal hier hin. Königreichs von... Parenthes. Hm. Hm. Achja, ich bin immer noch unsichtbar. Ah, transparent. So, wer wird denn alles was von mir? Du auf jeden Fall. Die Bundeslade muss ja irgendwo sein. Bringen sie mir. Aufsammeln. Geben. Oh. Hier wird der Fluch auf, indem du die Steine zu ihren Säulen zurückbringst. Ach du Scheiße. Das ist ja noch relativ viel. Okay. Los hier. Äh. Press. Luft. Hammer. Okay. Dann war es heute auch ersig. Aufsammeln. Was habe ich eigentlich... Oh. Das war schon gut. Äh. Raketenwerfer. Das tötet einfach alles. Was? Die Frage ist... Welche Farbe sollst du darstellen? Ah. Diese. Mein U-Boot ist zu groß, um weiter zu forschen. Freines U-Boot. verdienen. Ganz viele. Neh? Oh. Ich wegbeetera. Das tut. Hier. Welche Farbe ist? schrumpf strahl leute das geht es wirklich wie geil ist das bitte ich kann nicht schwimmen hilf mir an die oberfläche schwimmen wo ist die musikale hin Sieg da. Oster Ölscher schwimmt nicht, komm her um mich zu starten, achso, ne du bist die Hauptmesserung.